Ein elektrisches Schloss. Ich hoffe, der Notstrom funktioniert noch. Die Drähte sind rausgerissen. Ich kümmere mich darum. Okay. Mal sehen, ob ich den Strom ankriege. Strom entfängt? Wasser. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich muss den Strom entfängt. Ich muss den Strom entfängt. Nur aufpassen, dass wir hier nicht befassen werden. Warum habe ich das getan? Plötzlich lässt er aufleben. Die Tür ist offen. Dann kann ich zurück hier. Okay, bin auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg nicht fassen lassen. Ah, das war knapp. Willen wir es nicht. Okay, gehen wir rein. Hier gibt es genug, Loh. Etwas, ich komme. Er ist noch nicht lange tot. Ligus. Von der FPC? In der Hand. Ticktee mit. Hier Agent Derry bei Rioni von den FPC Streitkräften. Es ist 19.48 Uhr. Dieser Rekorder soll General Lansdale übergeben werden. Wenn er gefunden wird. Meine Teammitglieder sind tot. Vernichtet vom Teufel selbst. Wir konnten das Videoprotokoll nicht bergen. Mission gescheitert. Veltro, Sie haben nicht untätig auf Ihren Tod gewartet. Als die FPC ankam, haben Sie uns erwartet. Der Wunsch nach Rache ließ Sie überleben. Überleben. Jetzt wird es noch ein bisschen zu mitnehmen. Oh mein Gott! Sie haben es nur geschafft, hier drin ein ganzes Jahr zu überleben. Danke an die Iris göttliche Komödie, ein Angebot den Toten. Eine Stelle ist unterstrichen worden, der Regen macht sich heulen, wie Wunder oft werden sich die edelnden Befluchten, das eine Seite Schutz der anderen bietet, die armen Götzlösterer wie sie im Kreise rennen. Dante Al Gires göttliche Komödie, Inferno Canto 6. Am Rande der Seite steht etwas in einer schludrigen Handschrift geschrieben. Weil sein Leben der Doktrinen darbetet wird, auf dem Pfad fühle ich mich neben dem unvergleichlichen Jack-Norman-Wandel. ... Ah ja... Es gibt kein Entkommen, keine Chance zu überleben. Es sei denn... Es sei denn... Da ist er bei den Posten gekommen. Aber du, Morgan, sollst niemals ruhen. Wir werden von den Toten auferstehen, gefühllos und unwandelbar. Alle unsere Interaktionen sind hier drin. Wir werden Wächter der Wahrheit sein. Für so viele Jahre, wie es nötig ist. Jack Norman war der Kopf von Veltro. Er hat das Video, das Lansdale überführen kann. Ich will ihn nochmal final ausrüsten. Er hat das Video, das Lansdale überführen kann. Ich will die Waffe mal mitnehmen. Grün, Kraut haben wir gewinnt. Okay, auf geht's. Dann wird dem Äußern seiner Staubgestalt vom Grab her alles Fleisch zurückgegeben. Und hören, was die Ewigkeit durchhallt. Mit zum Geiz erst. Morgen. Morgen, Lansdale. Du willst Veltro verraten. Morgen. Ihr sucht das hier, oder? Dieses kleine Ding enthält die Wahrheit. Alles, um diese ganze Scharade aufzudenken. Zudem zu��. So, mitzüttet, er ist jetzt… Das Video ist doch schon… Bekommen alt. Ja. Das war's! Das ist der Beweis! Wir müssen weg, wir müssen noch ein Achtung, wir müssen noch ein Achtung! 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 Stopp! Morgen, sieh dem Schrecken den du entfesselte hast. Der Rest ist schon vorhergegangen. Na dann kommt jetzt wo der Bosskampf. Bosskampf wird auf ihn leiden. Er ist durchgedreht. Let's go BuzzFeed. Was? Oh, unser Herz. Ich glaub nicht, dass er sie schon verabschieden will. So viel Heilung hab ich nicht. Ich muss irgendwie ausweichen. Ich kann nicht sehen. Oho. Nicht gut. Ich kann nicht sehen. Verdammt, als ob man einen Disco-Kubel von mir hat. Immer in sein Herz. Was für die Schüsse. So ist die Reinung. Komm. Immer immer zu viel. Immer zu wenig. Oh, ich hab noch eine Heilung. Ich muss das Ding auf seinem Rücken treffen. Oh, das Ding auf seinem Rücken. Oh, das Ding auf seinem Rücken. Oh, das Ding auf seinem Rücken. Ich hab hier nicht zu viel auf dem Rücken gefangen. Kann ich das auf seinem Rücken treffen? So muss er mir irgendwie ausweichen. Und dann muss ich auf einmal. Ich glaub, das ist das Ding. Ah, scheiße. Jetzt um noch sein. Das bringt doch nichts mehr hier. Jetzt hier auf seinen Rücken muss man ziehen. Ich sehe doch die Schwachstelle. Ich erreiche sie nicht. Jetzt zwei von denen. Ich habe keine Heilung mehr. Und einen dazu sich selbst zu infizieren. Er ist von Rache besessen. Nicht mehr menschlich. Ausweichen ist so. Oh oh. Ich habe keine Heilung mehr. Ich glaube der Kampf ist verloren. Plus frei wird nichts mehr. Ach was. Hinten hin kommen. Hinten hin kommen. Hinten hin kommen. Wie denn? Ich glaube erst ins Herz und dann hinter hin. Das ist die Taktik. Ein Schuss ins Herz. Ach scheiße. Ich glaube nicht, dass er sich schon verabschieden will. Ich glaube nicht, dass er sich schon verabschieden will. Ach komm. Jetzt ist das hier aber noch zusammen. Und hinter ihm, hinter ihm, hinter ihm, hinter ihm. Ich kann halt nicht wenden. Ich kann nicht sehen. Ich sehe doch, dass er unser Blut bekommen muss. Scheiße. Wie soll denn das gehen? Das Herz tut scheiße egal. Das Herz tut scheiße egal. Es gibt eine Zeit, wo er ausholt. Da müssen wir hin zu ihm kommen. Das ist der wirklich Storki hier. Oh, der steht hinter ihm. Das hat ihn gebraucht. Ach komm. Jetzt kennen wir ihn zu. Hinter ihm. Zu nachts an. Oh, ist das erbärmlich. Oh, ist das erbärmlich. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Wir müssen nur einmal raus. Wir müssen auch rauskommen. Wir müssen immer Norbert Schäfer sein. Ah, komm. Das ist doch nix. Ich versuche es nochmal mit dem Katzen und dann noch unten. Naja, das ist nix. Die Taktik ist ausweichen und dann hinten dran. Oder oben drauf. Da muss man erstmal den Angriff ausweichen und oben drauf. Das ist das Ding. Ich weiß nicht wie. Die Wucht wurde entkommen in der Umwandlung. Ich weiß nicht, ob man das entkommen kann. Das ist so cool. Oh, come on. Oh, come on. Ihn muss man von hinten. Oder wenn er sich wirklich zu den Kumpelauf hinten ran. Tja, wir versuchen nur drei. Ich drück's das Scharfschützengewehr. Das Scharfschützengewehr ist hier komplett aus. Jetzt! Ich kann nicht sehen! Nee. Die könnten doch ohne Schnee verpasst. Ach komm. Ich schenke dir gar nichts ein. Entweder ist das die falsche Maßnahme oder... Ich hab noch das Gefühl, ich müsste den Angriff ausweichen. Ich versteh nur nicht wie. Da noch ne Zunge immer ganz praktisch. Das Herz scheint ihn zu schwächen. Ich hoffe, es ist eine Kombi aus beiden. Ich denke, es ist eine Kombi aus beiden. Das Gefliegel kommt in den Herzen. Ich muss mal mit aufs Herz setzen. Er ist von Raqqa besessen, nicht mehr menschlich. Er ist von Raqqa. Er ist von Raqqa. Er ist von Raqqa. Er ist von Raqqa. Ja komm Ich muss der andere Nein, nicht Was ist das? Wir kommen erst schon in der dritten Phase, ich sehe Stopp In der zweiten Zone Ich habe einige auf der dritten Seite gesetzt, aber Dann scheint das ernst mehr zu enden Oh, das ist Blut Ach, verdammt Ich versuche mal was Keine Heilung mehr Das war's dann wohl in der dritten Phase 0 0 0 0 Okay, das wurde mit der Pause. Ah, er hat mich vorher. Schade. Ich muss den Spalik herziehen. Ich zieh mir das aufs Herz. Ich glaube nicht, dass er sich schon verabschieden will. Ja, aber wir sind keine Baby-Shitter. Ich kann nichts sehen, pass auf. Ich hab gesessen. Ich kann nichts sehen. Der beste Satz ist, wenn man den. Ich muss den Rücken zu den Rücken. Oh, nein. Ich kann das auf die Rückseite schießen. so schlecht im zielen oh oh du mein Dirty Feedback und jetzt passiert was und jetzt passiert was und jetzt passiert was und jetzt haben wir auch schon gesehen wir müssen nur verdammt aufdrehen treffen wir müssen jetzt wir müssen zuerst und ich bin zuerst mal so wir müssen den wir können mit dem Lianz Nach oben. Wo ist er denn? Hier. Na. Was ist jetzt? Nein. Na komm daneben. Aufstehen, 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 aufstehen. Oh, der hier. Was, das war doch ein Treffer. Oh, come on. Oh, come on. Ah. Ah. muss rein da und rein 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 Nein, daneben. Oh oh. Das muss man sehen. Ja, hier. Das muss man sehen. 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 Die Hülle hat er das gemacht? Ist egal, lass nicht mehr! Oh, eine Mütze mehr. Oh, er geht down. Wir haben dich. Wir haben eine Mütze. Oh no, wie jetzt? Moment, so geht mir auch hier langsam aus. Ja, es ist ein bisschen nötig, da ich stunden an den Griffen. Schlafschützen, wie wäre es hier, aber umfügt unnützig. Deswegen gehen wir auch in den Zonen hier. Na komm, so close. Oh, geschafft! Nice. Das, was mir beim ersten Entfernen auf die DS nicht geschafft hat. Wo man muss. Ich hab's geschafft. Servus. So behandelt morgen seine Freunde. Ich hoffe, dass der Tod ihm mehr Frieden bringt, als das Leben. Verbreitungsmethode. Das Schiff ist mit einer Drohne ausgerüstet. Das ist Ihr Ausliefersystem. Sehr schön. Jetzt zeigt mir die Ware. Reinstes Tee-Abyss. Noch gibt es keinerlei Impfstoff dafür. Ja, natürlich. Ein bisschen davon kann eine Stadt ins Chaos stürzen. Das wäre alles. Ich muss jetzt gehen. Wer hätte das gedacht, hm? Die fiesen Terroristen bekommen Unterstützung. Vom ehrwürdigen Commissioner der FBC. Wie du siehst, kannst du dich aus dieser Sache nicht so leicht rausfinden. Ich habe die BSAA offensichtlich unterschätzt. Und dich möglicherweise auch. Wir haben das hier aus dem Sperrgebiet bei Terra Grigia. Wir haben unsere Tests abgeschlossen. Du kannst es also wieder haben. Direktor O'Brien. Du verstehst doch sicher unser Dilemma. Ohne die Terra Grigia Panik wäre dem ignoranten Pakt die bevorstehende Bedrohung doch gar nicht bewusst. Ja, da könntest du tatsächlich Recht haben. Niemand hat das Recht, mich zu richten. Die Welt hatte meine Führung bitter nötig. Es war alles nur zu ihrem Besten. Du machst dir doch nur etwas vor. Du hast doch selbst gesagt, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Aber ich bin nicht Dante. Und du nicht Vergil. Morgan Lansdale. Hiermit enthebe ich sie des Amtes als FPC-Commissioner. Mit sofortiger Wirkung. Und ich verhafte sie wegen des Verdachts der Verschwörung mit Veltro bei der Planung und Ausführung der Terra Grigia Panik. Bei allem Respekt, Direktor O'Brien. Die BSAA macht einen riesigen Fehler. Ach ja. Wo habe ich das schon mal gehört? Wie soll es denn das schon mal gehört? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt kommt endlich die Wahrheit über Terra Grigia ans Licht Ja, aber der Preis war hoch Und die BSA muss umstrukturiert werden Der Sturm ist erstmal vorbei Aber wie lange wird das bleiben? Nach der Festnahme von Mount Lensdale wurde die FBC aufgelöst Mitarbeiter und Mittel ging an die BSA ab Die BSA wurde am Anschluss daran die Antibiotorismusorganisation Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen umgewandelt Kiflui ist derzeit dank der Leistung einer führenden Figur der BSA an der Lasson in Ostafrika Künd lehnt nach die Vorbeförderung und Führungsposition ab Arbeitet aber weiterhin im Hauptquartier der BSA in der FNE-Abteilung Parker wurde von der Küste der Republik Maltans mit einem Mittelmeer ertreibend gefunden und gerettet Nachdem Parker einen Monat lang mitzustandet wurde Hier hat er als Spezialagent ins Hauptquartier der BSA erzeugt Kiflui entschied sich dazu Verantwortung für seine Daten zu übernehmen und seinen Posten als Leiter der BSA zu räumen Er ist derzeit der Berater für die BSA tätig und schreibt zudem in seinem gemütlichen Zaußer einem Kriminalroman Was Jill, Valentine und Chris Huttfeld angeht Die beiden haben keine Ahnung welches schrittliches Schicksal sie erwartet Die sind bei der Person oder was? Das war doch jetzt War das nicht das Anwesende, die unter eins Es ist jetzt gesagt, als ob sich Resident Evil Revelations anmaßt Ich möchte einen bei der Person um den E. B. 1 zu spielen Ich will nicht vorgeschüttet sein ... naja Ich weiß es nicht Bethel ist schon der Treppe Das heißt einfach nur, dass die weiter am Kunden gehen Ich weiß nicht, wie wir es hier sind, was wir in Evil Village gesehen haben, ist nach wie von Jill immer nix mehr erfahren, soweit ich weiß, aber in Evil 2, ich weiß nicht wann das Spiel spielt, das müsste er eigentlich vor haben, in Evil 3 meine ich, in Evil 3, da kommt der Jill nochmal vor, in Evil 3 müsst ihr ja vor Revelations spielen. Was spielt eigentlich Revelations? Ich würde es, ich meine zwischen 4 und 5, in dem Zeitraum ist das Spiel, zwischen, ja, wurde glaube ich auch da released zwischen 4 und 5, sonst, ich glaube die wurden chronologisch released, so, ja, 4, zwischen 4 und 5, so, wo ich das auch von den, von den Begeben, Begeben, Begeben her, von Stufen, auf jeden Fall vor 6, vor 6, 7 und 8, hier haben wir das Spiel durchgespielt, Resident Evil Revelations, Let's play again, Resident Evil Revelations, auf PC. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen, ciao YouTube, bis zum nächsten Resident Evil Let's Play. ich sehe schon maldate, War passt schon zu leicht, was? Dank der Firma ist morgen jetzt aus dem Spiel. Dunkel laufen. Schreib du bitte den Bericht dazu. Ach übrigens, warum lebt Parker noch? Dafür habe ich meine Gründe. Die BSAA ist gar nicht so blöd, wie ich dachte. Könnte noch witzig werden. Ja, genau. Der Spaß fängt gerade erst an. Die BSAA ist gar nicht so blöd. Die BSAA ist gar nicht so blöd. Ich hab noch nicht so blöd. Ich habe meinen Jungs nicht so blöd. Untertitelung des ZDF, 2020